So, Damen und Herren, herzlich willkommen zu Staffel 2 von Besiege, beziehungsweise zur zweiten Insel. Das sind die einzigen beiden, die bis jetzt raus sind. Und ich glaube, das hier, nee, hä? Ich find's ja nicht er da. Genau, und die ist hier Coming Soon. Das hier ist hier noch Coming Soon alles. Ach, das gibt's noch nicht. Nee, genau. Aber Dukes Plaza ist da. Das heißt, ich fang an. Wir hoffen auch, dass der Sound, wenn wir gleich zu schnell durchkommen, spielen wir einfach random nochmal die anderen. Ja. Und das sieht ziemlich geil aus, finde ich. Kill all nights. Du musst ein bisschen lauter sein vor allem. Und ich muss da ran. Weg da mit den Eingbogen, Alter. Etwa Feuermaschine bauen. Einfach geraden Rücken, hey. Kannst du das nicht? So, gerade. Das ist so unangenehm. Alter, yo. Ich fühle mich entspannt. Ja, entspannt ist aber... Das gibt's ja nicht, du. So, wir müssen alle Typen töten, ne? Ja, Feuerwagen bauen und hol einfach das Biest drin, weil's alles schadet. Hier, ich hab nur ein... Oder den Leopard 2. Ich hab gestern noch weitergebaut, das ist jetzt das Biest Full Shast. Hol immer den Leopard 2. Dann mach mal ein Feuerteil drauf. Ich kann's einen niederwalzen und verbrennen. Stimmt. Ja, genau. Perfekt. Richtig gesetzt. Not. Ah, warte mal. Und dann packen wir hier drauf. Ha, genau. Sehr gut. Darauf kann ich jetzt... ...ein Rad bauen. Hä? Ja, sehr gut. Ich bring dir dann die Pisten, das versteh ich nicht ganz. Irgendwann. Das muss aber auch noch weg. Nein, in der Höhe kannst du die nicht verbrennen. Ja, warte. Hier unten kann ich ja oben fahren, ey. Das Biest Full Shast. Scheiße. Sehr gut. So einen Kampfturm ausfahren. Sind oben im Turm auch welche, oder was? Ja, ja, genau. Kommt da drauf. Wie, Intersection? Du bist ganz oben. Ach, wow. Ach ja, das Spiel ist ein schönes Spiel. Geht's hier irgendwelche Bogenschützen? Nö. Weißt du noch, wie die Lenkung geht? Okay. Okay. Oh Mann, ey. Ich bin richtig der Profi. Aha. Oha. Wenn du die beiden drückst, also vorne oder rechts, dann. Die spielen einfach nur Flöte. Oder Trompete oder was auch immer. Flöte. Ach, du Teufel. Jetzt müssen uns die beiden auf den Schirmen, glaube ich, ne? Nein, den holen sollen. So, jetzt. Alter. Guck mal, der sieht schon, dass der was im Busch ist. Nein, der brennt nicht. Geh nochmal so ran. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh nein. Scheiße. Oh ne, das funktioniert so nicht. Du musst also einfach so einen großen bauen. Einen großen Turm. Ein bisschen stabiler, damit der nicht unbedingt abknickt. Ja, das dürfte schon reichen eigentlich. Aber der muss noch einen höher. Ja. Und dann braucht der vor allem ne andere Taste. Das Rad, was ich da drauf setze, braucht ne andere Taste. Du musst irgendwie mit T und Z. Und Reelspeed machen wir mal ein bisschen runter. Hat der auch mehr Zeit, sich zu erzünden. Und da kommen jetzt... Flammen wäre fast drauf. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen das Sound, die Sounddingens, Abmischung und so verändert. Dass das Ganze auch ein bisschen lockerer läuft. Ah, ich hab noch ne Idee. Spitzen? Ja, dann geht das Ganze schneller. Reicht. Ah ja, du schweiß. Das ist ja drauf, ja auch noch ein bisschen... Das ist ein Allround-Killer, Alter. Töte den Ochsen. Kill him now. Oh, mein Freund, das wird auch nix hier. Vorher steht noch einer. Ja, ich weiß. Wow. Ist der Ochse geplatzt, aber nicht der Typ. Alter, was ist denn hier passiert? What the fuck? Warte, ey, unscheiß. So, jetzt hab ich die doch alle erst mal so. Na, in der Mauer steht noch einer. Also gleich, man. Hallo. Ich massier den ja gar nicht schon mit den Spitzen. Was soll das denn jetzt? Oh, wow. Mit der Störung von dem Ding kommst du nicht so ganz klar, oder? Ne, man muss... ...halt echt erst mal... So, das ist zurück und das ist vorwärts. Das muss man halt erst mal checken. Scheiß, Wornsohn. Wornsohn. Ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich den denn treffen? Muss ich da jetzt echt mit einer Kanone hinschließen? Möchtlich. Ja, warte, dann machen wir das aber ganz anders. Dass das so schwer ist. Mach einfach kein Feuer, also mach ein Katapult drauf oder so, kleines. Dann fach da zwei Kanon-Türme drauf. Ja, ist gut jetzt. Weißt du das? Ne, weißt du? Ich dachte, das geht doch von deinem aus. Ne, ne. Ah. So, der kriegt die Tasten zu wem. Aber was können wir denn hier machen? F, G, H, H, J. H, J. Und der eine, so, so. Die eine Kanone kann jetzt überhalten und die kriegt L. Wie Longshot. Ich krieg dir Gott sei Dank keine an. Ja, deswegen kann ich die auch... Das ist ja noch ein bisschen unstabil, die Türme. Ja, ist ja egal. Ich muss ja nur einmal schießen. Äh, so. F. Das soll so weiter. Wow. Alter, ey, das ist ja voll das schwierige Level. Warum ist das so schwierig? Und warum? Und warum? Weil du nimmst einfach das Biest full chest und fährst einfach da rein. Und deswegen sagt auch, dass es funktioniert. Das ist so ein Teufel. Jo, Alter. Er leckt einfach komplett. Kommt auf das Ding überhaupt nicht klar, ne? Ey, what the fuck? Biest. Sicher? Ja. Ah, jetzt, jetzt. Ne, das liegt irgendwie irgendwas. Achso, wahrscheinlich, weil der so viel berechnen muss wegen den Chest-Teilen hier. Aber gestern hab ich das Ding eigentlich auch benutzt. Hier und einfach das normale Biest, anstatt da alles wegzumachen. Ja, kann ich auch machen. Stimmt. Flugdings. Kann ich auch benutzen. Aber das ist hier noch nicht eingestellt. Damit kann ich noch nicht lenken. Ich weiß, ich muss die erstmal hier... Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Das geht mir aber entspannt, Alter. Rechts, links. Was machst du denn? Ja, wow, Alter. Oh, der hat jetzt wieder eine komische Sprachrichter. Rechts, nee, links, rechts. Ich hoffe, dass es nicht so viel Hintergrundrauschen gibt. Letztes Mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel in die Bäume machen. Ich versuche es nicht so viel, wenn du sie mit in die Bäume coffedest. Ich schaue jetzt wie viel in die Bäume verbreitest. Ich versuche es nicht so viel in die Bäume vor. Ich versuche es nicht so viel in die Bäume. Warte mal. Aber die hier drehen wir nicht rechts drücke vorwärts. Und die hier drehen wir nicht. Rechts drücke, rechts drücke. Das muss eigentlich gehen. Sonst können wir... Aber ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Sonst können wir doch kurz tauschen. Nein. Vielleicht nicht. Flugdings helft uns bestimmt wieder. Packen einfach. Das Ding ist halt, man kann keine Bomben bauen, die... Oder man kann... Also warte mal. Wir können ja mal gucken, was es so mechanisch mäßig gibt. Keine Ahnung, was das ist. So, Spinning Block, Grabber... Das könnte was werden. So. Jetzt werden wir dann jetzt da nochmal... Das Ding dran platschen. Und da dran jetzt... Klingen. Das sieht mir nach einer Kaputtmachmaschine aus. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Flugkraft. Bis er die... Klingen ausgleicht. ... Woher fliegt hier denn jetzt... Keine Ahnung, wo du hinlängst. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hektisch. Ah, ich habe noch eine viel bessere Idee. Das hier ist die Base. Ja, genau. So, das kannst du jetzt auch nur auf der Seite hier. Pass. Ja, ja, das passt, das passt. Genau. So. Statt erst das ganze Gerüst zu bauen. Statt erst das Ding fertig zu bauen, ist dann einfach die Räder ranzusetzen. Weil die Tuten ja wirklich. Wie, was meinst du mit dem ganzen Gerüst? Warum baust du nicht erst das ganze Gerüst fertig und setzt dann die Räder dran, anstatt immer so kurz zu wechseln? Wenn ich jetzt so schlimm war, spart man sich halt ein bisschen Zeit. So, okay. So, da ist unten so ein Säbeerrand packen, oder was? Yep. Wie willst du die oben kriegen? Das überlege ich mir dann noch. Das zieht mir sehr zuverlässig aus. Ich weiß es nicht, ich suche nur immer noch nach so komischen Verbundstücken. Das hier sind so komische Teile, die Stabilität bringen. Okay. Ach so. Wow, okay. Also ich habe halt das in einem Video gesehen gestern noch. Da hat einer nicht dieses Ding gebaut, aber da hat einer mit so diesen Braceteilen da Stabilität erzeugt. Und dann hat er das wohl gemacht. So. Wie ging das jetzt? Zieh? Und man darf keinen anderen Block probieren. Hä? Kannst du aber nicht lenken. Ja gut, das stimmt. Kannst du einfach zwischen den Rädern noch so Sachen spannen, dann war kindlich nichts auseinander. So. Vorne. Und neben ist noch reingestimmt. Jupp. Wo ist denn den Mixer? Ich baue einen Mixer, das hast du bekannt. So und dann Up, Down. Die nehme ich nach. Genau. Nee, rechts. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Äh, was? Oh mein Gott. Ach nee. Das kann ja gar nicht. So muss es ja. Und hier muss, genau. Und hier muss. Links, rechts. Und hier muss wieder rechts. Links, links, äh. So. Stabilität pur, das Ding. Aber dafür sehr mobil. Aber es hält noch. Die fährt auf drei Rädern. Alter. Jo, wahrscheinlich. Alter, ist das ein Kackteil. Was baue ich hier? Wie viel da oben hast du ja auch noch nicht getötet. Oh, Junge. Ich muss die da oben einfach töten, oder nicht? Ich kann auch einfach mit einer Bombe da rein. Ja. Ja, eben. Ja. Mach ich das denn nicht? Leopard 2. Ach nee. Das Biest. So, und dann. Kommt da drauf hier. Bomben. Ach, scheiße. Das geht schon wieder so schief. Jetzt schwöre ich dir. Entschuldigung. Und für den da. Packen wir einfach hier. Wow, das geht nicht, oder was? Was? Keil. Ich will eigentlich hier in einer Kanone drauf packen, dass die ihn abschließt. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Jetzt trifft die. Nix. Ich muss da denken, du musst dir die Räder einstellen, ne? Ja. Ich brauche hier nur gerade ausfahren, oder? Wow. Was passiert? Das Teil da. Ah, du hast sie ja halt. Ja, kein Wunder. Hängt hier in der Luft. Ich schütze gar nicht. Ja. So, jetzt aber. Wow. Bisschen nach vorne musst du schon fahren. Sehr gut. Genau so soll ich jetzt laufen. Nein, der steht noch. Wie besser. Locker. Nein. Oh, Junge. Nein. Nein. Äh. Ach, wow. Eine sehr witzige. Oh mein Gott. Oh, fast. Diesmal hat sie ihn sogar erwischt. Hä? Nein. Ist ja beide erwischt. Alter. Ist ja richtig nervig. Einfach weiter versuchen. Glaubt irgendwann. Oder noch mehr Waffen auf. Ja, ist echt so. Hier ist noch Platz. Jetzt lebt der da noch. Oh Mann ey. Gitz. Wow. Sieht aus wie so eine Kanone, so eine Einwegkanone, die an der abfällt. Ja, ist es ja auch. Jetzt voll rein. Nein, ich muss, ich muss. Oh, oh, oh. Nein, jetzt lebt du noch her, Typ. Alter. Oh, Junge. Scheiße, jetzt habe ich Junge vergessen. Äh. Wow. 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 So. also einfach so rein irgendwie noch versuchen das ist doch seitlich genug wir brauchen ein lenkrad das geht so nicht links-rechts 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 links finde ich gut so weit ist es da ist ja da Alter. Alter. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn das so schwer, man? Weil du es so schwer machst. Da wird immer mal explodieren, mal passiert nichts. Fahr mal da rein. Da vorne rechts in diese Ecke neben dem Turm. Hast du den einen da schon getötet? Ich mach den jetzt. Der da rechts steht, den du sonst mal abschießt. Hallo? Ja, was? Hast du den schon getötet, den du sonst mal als erstes tötest? Welchen töt ich denn sonst mal als erstes? Ach du... Welchen töt ich denn rechts von dir steht? Den, ja, ja. Den hast du glaube ich gerade nämlich nicht getötet. So, komm. Nein. Mann, warum explodiere ich denn dann, wenn ich es wirklich nicht brauche? So. Ich mach mal ganz kurz hier außen an sich, dass wir ihn ja auch... Wow. So. Ja, schon mal als erstes. Einfach rein. Ja, komm mal. Komm, 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 komm. Witt, wird nichts. Da sind noch zwei, da ist noch einer. Wir haben übrigens gerade zehn vor zwölf. Wir machen mal vorne zwei Flammenwehrfahrern. Das ist ne gute Idee, die hatte ich gerade tatsächlich auch. Hat der Real bei den beiden Schottsteilen. Wie hinter ist der ersten? Die ist schon ganz hinten. Ja, okay, dann geht's nicht. Bis einen Block, doch, einfach einen Block rausnehmen. Und einfach da vorne einen Block weg. Ja, genau. Warte, das können wir nochmal anders. Ja, das darf ich zu hoch. So. Den hier weg und den hier weg. Den hier und den hier. Und für Y drücken. Ja. Als ob das zu hoch ist. Lass den Typen abballern. Ja, aber das ist viel zu hoch. Ein Rundhau. Aber das geht auch nicht. Natürlich. Ne, wie soll das? Hier ist so ein Räder. In der Mitte. Ja, warte. Dann müssen wir aber hier ja das... Neben dem Ding... Ach. Ne, egal. Mach einfach so. Das reicht jetzt. Ja, wir gehen auch mal. Wow. Hä? Anna, du hast das Verbindungsteil gerasht. Hä? Wie kann ich denn so viel auf einmal löschen? Und wieso platziere ich so viel falsch? So. So, versuchen wir es dir nochmal. Achso. Dürfte jetzt eigentlich flammieren. Hinter. Diese Feuerwand. Du hast den Typen nicht abgeballert. Ja, ich bin dabei. Wow. Scaler. Da. Ja. Genau so. Just like this. Er brennt, du bleibst einfach stehen. Lol. Oh mein Gott, die... Die, äh... Wie war's? Die Flamme ja verhalten immer nicht ewig. Natürlich halten die nicht ewig, aber die kannst du mehrmals benutzen. Ich finde, jetzt muss ich erstmal warten, bis sie ausgebrannt ist. Aber ich würde auch so stehen bleiben mit dem Papier in der Hand und so. Ja, super. Ja, ja. Du kannst ja auch sagen, nein. Außer, ja. Wann esst ihr denn? 12 Uhr. Sonntags isst man um 12 Uhr. Das ist so. Bei uns. Ich würde sagen, Mann isst... Achso. Oh. Okay. Das ist fiesen-like. Die essen eigentlich... Die alte Leute essen eigentlich immer sonntags um 12 Uhr zum Mittag. Komm, komm, komm. Gas, Gas, Gas. Und alles zerfickt. Echt. Wow. Jetzt sind halt die beiden Hurensohne da oben. Okay, ich weiß warum. Ach, weißt du es warum? Du müsstest es ja jetzt schaffen, wenn du es weißt. Ja. Also so... Das ist genau wie Aki in die Augen. Ach, so. Ja, ja, genau. Und dann... Hä? Geht ja doch nicht. Ich wusste, aber ich wusste gerade eben nur warum. Alles gibt's ja nicht. Komm. Eine... Gott. Das gibt's doch nicht. Immer dann, wenn man explodieren will, dann passiert natürlich gar nichts. Jetzt. Komm. Ja. Was ein Scheiß. Ja. Das ist für mich so verarschend. Das Spiel. Ja. Der Anlauf macht dich nicht schneller. Nee, aber ich kann ihn mir zu wackeln bringen. Außerdem macht mich das schneller, weil... Komm. Das gibt's doch nicht. Nee, aber ich kann ihn mir zu wackeln bringen. Fahr mal auf so ne Ecke. Fahr mal gegen ne Ecke. Keiner ist gestorben. Scheiße. Und ich glüh einfach direkt auf. Ich hab mir die Bauer auf den Wagen, äh, genau hinter die Bombe ne Kanone. Praktisch als, irgendwie als Selbstschussauslöser. Ah, ja. Weißt du? Vielleicht funktioniert das ja. So ein Selbstauslöser, wenn das nicht funktioniert. Da kannst du dich irgendwo hinstellen, wo es ganz gut passen, dann schießt du einfach. Ja. Probier mal was zum Stehen. Oh nein, X ist nicht gut. V. Mach mal. Wie soll das denn... Wie sehr schielt denn das Teil? Mach mal einen tiefer. Ja. Das sieht gut aus. Anwagbar. Selbst bei A5. Das heißt, alle abfackeln. Oder umfahren. Oder was auch immer. Das ist effektives... Massenmörden. Massenmörden. Ja, man mördet Massen. Da. Das ist zum Teufel. Ich weiß wieder kein Mensch, wie das passiert ist. Aber jetzt ist passiert. Wahrscheinlich sind die Trommerteile da hingekommen. Ja, lockerflockig 36 Minuten. Warum auch nicht? Ja.